Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Hier bin ich in Mülheim, 2019 Aquavita, eine Weltprimäre. Wem darf ich hier vor der Kamera haben? Tom Zeemann von Whisky in Wiesbaden. Und wie oft habe ich dich gefragt, bevor du Ja gesagt hast? Circa 200 Mal. Ich hätte 20 Mal gesagt, aber es ist ungefähr gefühlt 200 Mal. Sehr gut. Jetzt haben wir es geschafft und das ist ganz, ganz toll. Freue mich sehr darüber. Du bist in Wiesbaden. Was machst du denn da? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ja, also wir sind seit 2003 in Wiesbaden, haben dort das Whisky Haus. Wie jeder weiß, bin ich ja trotz meines Figürchens immer noch Berufssoldat. Wir gehen im September in Pension und dann wollen wir uns auch ein bisschen vergrößern. Das heißt, das ist eigentlich ein Zweitjob, auch wenn das manchmal gar nicht mehr so aussieht. Wir haben knappe 20.000 Flaschen bei uns zu Hause. Whisky, Rum, Gin, eigentlich alles. Wobei Gin und andere Sachen nicht so meine Favorites sind. Also ganz klar Schwerpunkt liegt bei Whisky. Dort vor allen Dingen die unabhängigen Abfüller. Sieht man auch am Portfolio, was wir haben. Und natürlich seit einem Jahr importieren wir Mary McDavid. Das geht noch ein bisschen schleppend los. Zum Beispiel? Ja. Was hast du denn hier gezogen? Was habe ich gezogen? Oh, 64er. 64er Damparden. Auch nicht schlecht. Genau. Also das war ein Griff. Also super. Das kostet nur 20 Euro der Dram. Das war billig. Da drüben habe ich welche gesehen für dreistellig pro Dram. Ja, wir haben auch alte Raritäten dabei. Also ein 46er Grand Grand oder ein 54er. Sind schon ein paar schöne ausgesuchte Sachen bei uns dabei. Vor allen Dingen, was wir viel haben, knappe 2000 Flaschen offen. Also auf der Messen. Ich meine mickrige 300 offen. Du 2000. Ja, aber du musst die alleine trinken. Ich verkaufe die ja auch. Ich auch. Nein, auf Messen nehmen wir immer sehr viel mit. Für manche schon fast unübersichtlich. Deshalb beraten wir auch immer gerne und haben immer drei, vier Mann mehr hinter dem Stand, weil es halt auch die Masse ist. Ja, super. Aber hat schon jeder was gefunden. Und es gibt irgendwelche Partys bei euch, die Anbruchflaschen werden gekillt. Ja, das haben wir jetzt in Kürze wieder. Anfang November findet man leicht in Facebook in den Veranstaltungen bei uns, bei Tom Zeemann oder Whisky in Wiesbaden. Wir machen viermal im Jahr Reste trinken. Ja, genau. Ja, das ist ein kurzer, aber prägnanter Name dafür. Das heißt, alle Flaschen, die noch, ich zeige mal hier zum Beispiel hier in Ben Riach und 77 herum, finde ich. Der wird dann hingestellt und für die Hälfte vom Messepreis ausgeschenkt. Oder, wenn es mir mal wieder kurz vor Weihnachten ganz danach ist, weil das auch nicht ein Hobby, aber ein Anliegen von uns ist. Wir sammeln viel für Kinderhospiz, Bernherz. Genau. Und dann geht auch schon mal, weil die Flaschen dann in der Regel auch nach den Messen abgeschrieben sind, der Erlös ans Kinderhospiz, Bernherz in Wiesbaden. Super. Machen wir gerne. Das ist sehr schön. Jason, wir müssen noch einen trinken. Ja, du hast gesagt, genau. Das gab ein Deal. Wenn ich hier mit dir ein Video dringe, muss ich etwas hier im Glas haben, den ich nicht so gerne habe. Und das ist nämlich Brimstone vom Balkones. Also eine der fürchterlichsten, doch das schlimmste Texas Whisky, den ich jemals bisher im Glas hatte. Ich liebe... Brimstone. Ich mache gerne Whisky, genau. Brimstone heißt dann da, Fegefeuer und Schwefelstein heißt das eigentlich. Ja. So riecht es auch ein bisschen. Genau. Also Balkones oder Balkonies. Es gibt zwei verschiedene Aussprachen, ist aber egal. Hätte ich auch gerne importiert. Die vergrößern sich gerade auf dem deutschen Markt. Ja. Ich habe jetzt aber festgestellt, dass es auch auf dem deutschen Markt schon gibt. Also wer den Balkones mal probieren möchte, Blue Corn Texas Whisky, tolles Zeug in meinen Augen. Bei Kirsch bestellen. Beim Christoph Kirsch. Der führt den mittlerweile. Super. Iron Root wäre mein Tipp, den du importieren solltest. Ich glaube, ich habe noch keinen deutschen Importeur. Da gibt es, glaube ich, andere für. Da sind wir noch zu klein für. Ja. Mit Mary McDavid haben wir genug Arbeit. Okay, super. Flancheva. 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 Auf Englisch, dann cheers. Wow. Ja, das ist... Oh, ich habe vergessen, wie schrecklich der ist. Kfz-Werkstatt Burr. Ja. Wenn Gäste kommen und sagen, gib mir was, den Letzten, was Schlimmeres als Octomore, hole ich immer den Brimstone raus. Erzähl dann auch gerne die Geschichte mit dem Mexikaner, der mit dem LKW vorfährt. Und... Die Geschichte kenne ich noch nicht. Erzähl sie mal. Nein, erzähl ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, in der Jugend frei schon, aber gehört sich nicht. Nein, weil das ist ein nachträglich gerauchter Whisky. Genau. Die nehmen dann dort tatsächlich Holz und machen Rauch und blubbern das durch den Whisky hindurch. Und dadurch kriegt er seinen Geschmack. Also der... Ich hoffe, dass es so ist. Wer weiß, vielleicht gibt es auch ein bisschen Methan, menschlich gemacht. Toll. Das Problem dabei ist immer, man muss drei Euro eigentlich mehr oder weniger den Leuten abnehmen, den Gästen hier auf der Messe, für so ein Rem. Weil das Glas kannst du danach wegschmeißen. Das kriegst du auch durch Spülen nicht mehr sauber. Ja, das stimmt. Das stimmt. Diesen Geruch bleibt, ist penetrant. Und das ist schlimmer als Dreifaltigkeit hoch 9. Also das ist... Die Faltigkeit ist aber auch lecker. Genau, denke ich. Aber für mich war das schlimmer. Das ist wirklich dreimal schlimmer. Nehm mal Dreifaltigkeit und tue sie in den Kühlschrank. Ja, okay. Probier sie mal eisgekühlt. Okay. Hört sich jetzt total kurios an, aber kann man auch mal probieren. Ja, ja. Ja, genau. Lecker. Kann gut sein. Sehr, sehr schön. Super, Tom. Ich bedanke mich. Wo findet man euch? Online wie auch im richtigen Leben? Gibt mir ein Interesse wie auch www.punkt? Ja, also wir haben, habe ich eben schon angefangen, das Whisky-Haus in Wiesbaden. Über drei Etagen. Das Problem ist halt, da wir, außer meiner Frau, die habe ich jetzt angestellt, oder ich bin zumindest noch berufstätig, bin immer erst abends um 17 Uhr zu Hause, aber dann bis 21 Uhr ist das Whisky-Haus in der Regel auf. Adresse? Das ist in Wiesbaden-Nordenstadt, direkt beim Ikea, falls es einer kennt. Verkehrsgünstig an der Autobahn gelegen. Wir haben immer auf, außer Montags, weil Montags ist bei uns das meiste, was das Versandgeschäft angeht. Das machen wir auch noch nebenbei. Im Moment Ebay, Facebook viel, muss man schon sagen. Diese Kanäle, da verkauft man auch gut Whisky, da haben wir viele, viele Kunden die letzten Jahre gewonnen. Unser Shop ist seit neun Monaten fertig. Wer mich kennt und weiß, wie schnell ich bei so Sachen arbeite, der wundert sich nicht, dass das vielleicht noch drei Monate dauert, bis der tatsächlich online geht. Es dauert unheimlich Zeit zu befüllen und wir haben so eine Riesenauswahl. Wir haben jetzt zum Beispiel noch einen eingestellt, jetzt ist er da vorne im Tresen und er hält sich dort mit Gästen. Ist alleine nicht mehr zu schaffen. Also wir werden schon ein bisschen größer. Nächstes Jahr im September gehe ich in Pension, dann läuft das mit Sicherheit alles. Dann werden wir auch unseren zweiten Messeanlauf in Wiesbaden nochmal starten. Den haben wir jetzt im Mai ausfallen lassen, weil es ist einfach personell, auch mit den Helfern, du kannst das alleine nicht stemmen. Nicht möglich. Wir hatten das 2018, die erste Messe im Oktober. Da nochmal sorry an die Rüsselsheimer und die Hofheimer nach uns. Es war der einzige Termin, der frei war in einem Jahr auf zwei Jahre in Wiesbaden. Das ist kurios. Wir haben jetzt die Termine in den Mai gelegt, sind dann knapp vier, fünf Wochen nach der Limburger Messe und dann ist allen geholfen, tut man keinem weh. Das passt. Internetadresse www.wiskyinwiesbaden.de. Mit oder ohne Bindestriche. Man findet es auch jetzt schon, wenn man es googelt. Der Shop steht schon, wird als geschlossen angezeigt, weil ich brauche noch ein bisschen. Bis das auch gestrahlt wird vielleicht. Irgendwann nach Weihnachten ist das vielleicht soweit. Wer weiß. Weihnachten 2022. Nein, es wird dieses Jahr noch klappen. Okay, super. Okay. Tom, vielen Dank auch für diese lehrreiche Interview. Meine letzte Frage, wenn ich darf, ist, überall frage ich, welchen Einfluss hat Holz auf Whisky? Ja, hier haben wir Rauch auf Whisky, aber wo haben wir denn wirklich sehr viel Holz, was einen Einfluss auf Whisky hat? Sendung mit der Maus mäßig, bitte. Kann man so eigentlich gar nicht beantworten, das weißt du selber. Holz oder das Fass hat den meisten Einfluss auf Whisky. Man streitet sich drüber. Der eine sagt 50%, der eine 70%, der andere 80%. Ich sage 90%, weil ich nicht glaube, dass zum Beispiel, wie es andere publizieren, das Wasser alleine schon 10% Einfluss auf Whisky hat. Nein, hat es nicht. Ich lege mich mal auf Seite 85% fest. Man sieht es ja auch an der Auswahl. Also, wir haben zum Gegenquertesten von allen Flaschen was da. Und man kann schon schön probieren, welchen Einfluss Holz auch auf verschiedene Fassgrößen und natürlich dann auch Alters- und Reifestufen hat. Ja. Wir werden es dieses Jahr und im ganzen Leben nicht mehr schaffen, das alles zu probieren. Habe ich gemerkt irgendwie. Genau. Ich habe ein Video jeden Tag und ich komme nicht hinterher mit der Fülle von Whisky. Und du hast wie viele Flaschen zu Hause? Also 20.000 haben wir gesamt. Das sind natürlich auch Kisten oder Ware dabei. Ich wollte nur die Menge sagen. Also ich gehe mal von 6.000 verschiedenen Whiskys aus. Davon ca. 2.000 offen. Die haben wir schon. Super. Und das heißt dann für mich jeden Tag ein Whisky, 20 Jahre lang. Und ich wäre immer noch nicht ganz mit euch fertig. Das ist schon krass. Ich schaffe es auch nicht. Ich schaffe es auch nicht. Super. Whisky Jason, der Whisky aus der Sicht eines Amerikaners gemeinsam mit? Tom Zimmern. Danke euch. Ciao. Tschüss. Musik 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 Musik